Sehbehinderung im Alltag. Ein Film der Woche des Sehens. Die dritthäufigste Sehbehinderung in Deutschland ist der grüne Starr, in der Fachsprache das Glaukom. Der folgende Film zeigt eine Besonderheit der Erkrankung. Denn im Frühstadium merken die Betroffenen oft nichts von dem sich entwickelnden Glaukom. Sie sehen scheinbar alles genauso klar und deutlich wie Normalsehende. Dementsprechend sicher fühlen sie sich im Straßenverkehr. Tatsächlich hätte er den Radfahrer sehen müssen und hätte damit die gefährliche Situation vermieden. Das Problem, im Anfangsstadium des Glaukoms gleicht das Gehirn die sinkende Sehkraft aus. Es komplettiert den fehlenden Bildrand mit dem, was am wahrscheinlichsten ist. Dabei geht der unerwartet auf dem Bürgersteig fahrende Radfahrer verloren. Bist du blind? Erst wenn sich solche Szenen häufig wiederholen, realisieren die Betroffenen, dass mit ihren Augen etwas nicht stimmt. Alles klar, kommen Sie Crew raus. Fertig ist ein Riefer. Bist du blind? Bist du blind? Die Betroffenen